Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Aichon Coaching und in diesem Video mache ich ein sehr wichtiges Video. Es wird ein sehr wichtiges Video sein und zwar auch oft gewünscht von euch und zwar reden wir heute über die Terminstrukturkurven beziehungsweise halt auf Englisch für die Forward Curves. Ja, ein sehr wichtiges Thema, können wir natürlich nur anreißen, da kann man stundenlang drüber sprechen, aber für uns wirklich ein sehr elementares Analysekriterium, sowohl in der Volatilität als auch in den Rohstoffen und eigentlich immer wenn es ein Future gibt oder halt mehrere Futures, schauen wir uns auch die Terminstrukturkurve an, ja weil da bekommt man wirklich ganz ganz böse Fehltrades weg und kann man sich im Aktienmarkt hatchen, also ja wirklich elementar wichtig dieses Video. Und zwar habe ich aus unserem Profi-Seminar mal ein, zwei Folien rausgesucht, Profi-Seminar verlinke ich euch auch gerne nochmal ein Video, falls da jemand mehr machen möchte im Thema Rohstoffbereich oder Terminstrukturkurven und ich zeige euch heute einen kleinen Ausschnitt daraus. Terminstrukturkurven, gehen wir erstmal kurz darauf ein, was ist überhaupt eine Terminstrukturkurve, hier solche Bildchen, ja es ist ja so im Rohstoffpreis, es gibt jetzt nicht einen Ölpreis, wo man denkt, okay, den sehe ich vielleicht immer in den Nachrichten, ist nicht ganz richtig, weil es ist ja immer ein Terminmarkt, Terminmarkt heißt, es hat halt irgendwann mal einen Verfall oder ein Ende und es ist immer an einen Termin gebunden. Da gibt es halt beispielsweise einen Januarölpreis, einen Februarölpreis, einen Märzölpreis. Was heißt der Märzölpreis? Das heißt, wie hoch wird der Preis oder ich handele jetzt augenblicklich den Preis für den Monat März. Es kann natürlich ein Unterschied sein, ob ich Öl in einem Monat oder im ersten einem Jahr haben möchte. Und ja, die Rohstoffmärkte werden eigentlich immer mit diesen Terminkontrakten gehandelt, Optionen oder Futures. Und ich handele halt immer eine bestimmte Laufzeit, also wie wird der Preis in einem Jahr sein, aber augenblicklich handele ich diesen Preis für in einem Jahr. Und da habe ich mal ein Beispiel, da haben wir damals ein Beispiel für Weizen gemacht. Da gab es 14 Kontrakte und kann man hier jetzt mal anschauen. Da ist zum Beispiel der Dezember, notiert bei 525, dann ein Monat oder ein Quartal weiter. Es kommt da immer auf den Rohstoffmarkt an, ob es jeden Monat, jeden Quartal. Es ist immer unterschiedlich, wie viele Futures es gibt, aber der notiert halt bei 550, eine Laufzeit weiter 575 und so weiter bei 600. Warum ist es so, dass normalerweise es ist, dass Weizen in einem Monat kostet vielleicht 500 und in zwei oder drei Monaten 550? Warum ist es 10% mehr? In der Regel sind ja die Kontrakte immer ansteigend zueinander. Ja und warum ist es so? Es ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Klar, zum Beispiel jetzt Weizen, muss ich das lagern, kommt darauf an, wie man es lagern kann. Aber Erdöl kann ich zum Beispiel in Schiffen lagern. Und wenn ich halt das Erdöl erst in einem Jahr möchte, muss ich ein Jahr lang den Erdöltanker mitfinanzieren, beziehungsweise muss ich auch Zinsen zahlen für einen gangen Gewinn, wenn da jemand, der Erdölhersteller könnte ja nämlich Geld auch anders verwenden. Dafür muss ich Zinsen zahlen, da muss ich natürlich die Lagerkosten zahlen und so weiter. Und da kommt dann halt so eine Terminstrukturkurve meistens in dieser Richtung zustande, in dieser sogenannten Contango-Situation. Das heißt, jeder nachfolgende Kontrakt ist etwas teurer, weil aufgrund der Lagerkosten ich das Zeug immer länger lagern musste. Gibt es aber auch noch eine andere Formation, das heißt hier unten die Backwardation oder auch Premium-Situation genannt. Und da ist der augenblickliche Preis etwas teurer als der nächste Future. Das heißt, augenblicklich in dem 2018 Erdöl würde dafür 80 Dollar bezahlt, wenn ich das jetzt kriege oder in zwei Wochen zum Beispiel, als wenn ich es in fünf Jahren bekomme, wäre es sogar günstiger gewesen. So, wie kommt es überhaupt zustande, dass so etwas passieren kann? Also macht ja eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn, etwas augenblicklich mehr zu bezahlen als in drei Jahren. Ja, bei Erdöl ganz einfaches Beispiel, wenn die Airline, wenn der Tanker losgehen muss, wenn die Airline den Flieger losschicken muss, da ist es dann eigentlich relativ egal, ob ich das in zwei Jahren günstiger bekomme oder in einer Woche. Wenn ich es jetzt brauche, dann brauche ich es jetzt, ansonsten geht der Flieger nicht los und ich habe höhere Schaden. Deswegen zahle ich auch einen augenblicklichen Erdölpreis mehr als vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und es kommt dann immer bei so einer Angebotsverknappung zustande, so eine Backwardation-Kurve, kann man sich auch erklären, vielleicht an den Masken während Corona. Ja, man hätte vielleicht im März 2020 auch für eine FFP2 oder 3 Maske jetzt mehr bezahlt, als wenn ich es erst in einem halben Jahr bekomme. Weil was bringt mir das in einem halben Jahr, die Maske? Ja, da gibt es dann eh überall Masken, beziehungsweise ist ja vielleicht auch das Virus vorbei. War jetzt nicht der Fall, aber wäre vielleicht das Virus vorbei gewesen. Deswegen hätte ich jetzt augenblicklich für eine Maske mehr bezahlt, als wenn ich die Maske vielleicht erst in einem Jahr bekomme. Also es kann auch Panik, Emotionen, Angebotsverknappung, also viele Gründe, warum eine Backwardation hier zustande kommt. Hier nochmal, also einmal zusammengefasst, also es ist eine Sondersituation. Ich zeige euch gleich mal noch ein paar Beispiele, was dann passiert. Und ja, große Angebotsverknappung hat natürlich auch mit Ernte zu tun in den Agrarmärkten, also viele, viele weitere Gründe, ja, da warum oder wann so eine Backwardation zustande kommt. Und ein relativ, ja, aktuelles Beispiel sind hier die Agrarmärkte. Ich habe jetzt mal Sojabohnen aufgerufen, hier befinden wir uns sehr lange in einer Backwardation. Und, also die augenblickliche Preis ist teurer als den in der Zukunft. Und da geht der Preis nur nach oben. Mal prozentual anschauen von hier. Das sind halt auch mal 60 Prozent. Und, ja, so eine Backwardation kann dann natürlich wehtun an denjenigen, der versucht hier immer mal wieder zu shorten. Deswegen waren wir immer davor, hier den Markt zu shorten. Preis geht extrem nach oben. Wer hier jetzt halt versucht mit Short Calls zu handeln, der kann halt drei, vier, fünf Mal rollen. Und es macht dann keinen Spaß mehr. Das ist also immer in der Situation, Backwardation kommt eigentlich immer vor, wenn auch die Preise steigen. Genauso auch in der Volatilität, Volatilitäts-Backwardation, da verlinke ich auch nochmal ein Video, wo wir das schon erklärt haben. Da kommt es dann auch meistens danach zu einer steigenden Volatilität, das im Zuge mit fallenden Aktienmärkten einhergeht. Also das passiert meistens in einer Backwardation, da die Preise extrem stark ansteigen. Gibt es noch viele andere Beispiele, Erdöl, Erdgas und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich noch die andere Sondersituation, wenn die Backwardation sich wieder auflöst, dann gehen wir auch meistens Freefall nach unten. Also das ist das Wichtige, was ihr auf jeden Fall mal mitnehmen könnt. Wenn eine Backwardation ist, lasst es bitte mit dem shorten. Es wird meistens zu keinem Erfolg führen. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium von uns. Und ansonsten nutzen wir auch noch die Terminstrukturkurven für Black Swan Events, also nicht um die zu handeln oder eher die zu vermeiden. Also dieses Erdöl-Event, minus 37 Dollar war es glaube ich, in der Spitze, hätte man auch erkennen können oder wurde zumindest vorangekündigt, dass es natürlich passiert hat, wir auch nicht auf der Agenda, aber man musste dem Markt eigentlich fernbleiben wegen den Terminstrukturkurven. Ja, und viele, oder eigentlich fast alle mir bekannten Black Swan Events sind, zumindest in den Rohstoffmärkten, auch mit den Terminstrukturkurven Veränderungen einhergegangen. Sowohl Contango Backwardation als auch Backwardation Contango. Und deswegen ist das wirklich für uns ein sehr, ja, wichtiges Kapitel. Ich zeige euch noch was anderes. Es gibt nämlich, wenn ich gerade auch so Benzin, Erdgas, auch die Fleischprodukte anschaue, etwas komische Terminstrukturkurven, also wie so eine Achterbahn. Das sind ja nochmal Sondersituationen, die man explizit analysieren muss. Das machen wir dann ausführlich auch im Profiseminar. Ich würde jetzt einfach mal einen Einblick geben. Ja, was man auf jeden Fall beachten muss bei einer Terminstrukturkurve, nehmt auf jeden Fall schon mal mit. Backwardation ist, Finger weg mit Shorten. Und wenn sie sich auflöst, seid auch bitte vorsichtig mit Longgehen. Das ist schon mal ein großes Ding, was ihr euch unbedingt merken solltet. Ja, das war es mal zu den Terminstrukturkurven auf die Schnelle, wie wir sie nutzen. Wie gesagt, falls jemand Interesse hat an Rohstoffmarkt, gerne an unser Profiseminar. Ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video. Bis dahin, passt auf, euer Geld auf, ciao!